Hallo liebe Fans, nun ist es endlich soweit. Unsere Kalender werden vergeben. Ich werde euch die fünf Gewinner mitteilen. Und vorneweg aber möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, beziehungsweise wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die rege Teilnahme am Gewinnspiel. Wir waren total aus dem Häuschen und haben uns sehr, sehr gefreut, dass so viele Leute mitgemacht haben. Und wir freuen uns, wenn es auch zukünftig bei weiteren Aktionen so aktiv genutzt wird. Aber genug geredet, ich habe hier die Gewinner für euch. Und zwar haben wir dreimal den Schoko-Kalender. Und zwar ist das die Lena Bachmeier, die Heike Bröse und zuletzt die Julia Ko, beziehungsweise K.O., schreibt sie sich auf Facebook. Dann haben wir den schönen Kosmetik-Kalender, den bekommt die Sabrina Sippel. Und zu guter Letzt noch den Energy-K-Kalender, den haben wir für den Peter Humberg. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit und hol den einfach ab in der Bank. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.